Das Leben ist hektisch. Unser Alltag ist voller Termine, die schnelle Lösungen fordern. Doch um das Beste aus ihrem Leben zu machen, sorgt Nutrilite für eine reine, kraftvolle Verbindung zur Natur. Als Vorreiter auf dem Gebiet pflanzenbasierte Phytonährstoffe, mit über 80 Jahren Innovation in der Ernährungswissenschaft suchen wir überall in der Welt nach den feinsten, nährstoffreichen Pflanzenstoffen. Viele bauen wir in unseren eigenen Betrieben an, mithilfe einzigartiger Anbaumethoden. So erhalten wir die Wirkung jedes wertvollen Nährstoffs und Kontrolle aller Verfahren, vom Samen bis zur fertigen Nahrungsergänzung. Unsere fortlaufenden wissenschaftlichen Innovationen verleihen der Ernährung mehr Farbe aus Pflanzenstoffen. Sie sind es, die Nutrilite zur weltweit meistverkauften Marke bei Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln gemacht haben. Die natürliche Verbindung zu besserer Ernährung ermöglicht es uns, auch weiterhin das Beste zu tun. Für uns selbst und für das Wohlbefinden anderer. Nutrilite – im Einklang mit dir und der Natur Was nie cheer. Nutrilite – im Einklang mit dir und der Natur